Wie hat man den Advent eigentlich früher begangen? Dass der Advent ursprünglich mal Fastenzeit, ähnlich wie die Osterzeit, war, kann man sich heute kaum vorstellen. Bis 1917 hat die katholische Kirche in der Zeit vom 11.11. bis zum 6.1. das Fasten ausgerufen. Auch aufwendige Feste wie Hochzeiten durften in dieser Zeit nicht gehalten werden.